Musik 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 Voll der Bug die ganze Zeit, man! Irgendwas stimmt hier grad mit Big Boss mal so gar nicht! Ich weiß gar nicht, ob ihr mich richtig hören könnt, weil ich den Sound jetzt schon anders habe, aber ich schieße gleichzeitig wie ich Nades werfe Das ist doch total dumm! Aber es ist nice! Es ist jedenfalls echt praktisch! Echt mal! Was ist das? Voll der seltsame Bug! Übrigens, ich war hier gerade öfter mal ganz gut und ich bin beide Male dann einfach so wenn ich gerade irgendwie voll gut war ist Big Boss abgestürmt Es ist voll typisch für Big Boss, man! Wirklich mal, es ist voll der dumme Bug! Aber es ist irgendwie voll dumm, aber es ist richtig gut im Prinzip! Man könnte mich da schon für einen Hacker für halten allerdings, wenn ich ein Hacker wäre, würde ich davon ja wohl kein Video machen, oder? Aber es ist irgendwie richtig dumm! Was ist denn das für ein seltsame Bug? Wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob ihr mich richtig hören könnt, weil ich nicht genau weiß, ähm, wie das jetzt eingestellt ob der Sound jetzt... Ich hab den Sound irgendwie umgestellt, glaube ich Ich hab den... na wie auch immer, ich weiß es jetzt grad nicht genau wieder so gestellt, wie ich ihn normalerweise habe aber zum Glück hatte ich Dingens da noch zufälligerweise laufen selbst, weil ich es zum Glück gerade eben nicht beschlossen habe Wirklich aber... Ich kann gar nicht gut sein in Big Boss Es ist sogar gut, dass ich in Let's Plays immer nicht gut bin und auch sonst meistens nicht gut bin denn sonst würde Big Boss immer abstürzen Wirklich mal, ich bin mit hier Der tollen, äh, Lone Star dort vorne in dem Gang zur anderen Seite gewesen und ich hatte gerade schon einen Tribble Kill weil ich da ja gut durchgekommen bin mit der Lone Star die ganze Zeit und natürlich stürzt direkt Brick Force ab und, ja, sehr nervig dass Brick Force immer dann abstürzt, wenn ich gut bin Okay, auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem vollkommen seltsamen Bug Naja Das musste ich unbedingt aufnehmen Also, ähm Falls ich es nicht am Anfang gesagt habe über Yokoso zur Aufnahme von einem seltsamen Bug Und jetzt nicht den Namen vergessen, bis zum nächsten Video Lade ich das überhaupt hoch? Na, keine Ahnung